ja und damit herzlich willkommen zurück zu let's play session screed 4 in der letzten folge hatten wir ein paar fiese verfolger am hals die die wir uns anlegen wollen das ist ein zu feiern zwei Oh oh, das ist echt uncool. Oh oh, das ist echt uncool. Ohhhh! Feier! 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 Oh mein Gott, geht kaputt, geht kaputt, geht kaputt. Feier! Feier! Oh, was war denn da hinter mir? Ich konnte mich nicht mal umdrehen und gucken, was das Schiff hinter mir war überhaupt. Wieso kommt? Wieso kommt? Oh man! Was ich richtig mies finde, ist, dass wenn du abkackst, dass deine ganzen Sterne weg sind, die du mit Absicht gesammelt hast in dem Fall. Und wie sie dann nicht genau vom Klingeln ist. Die ganzen Sterne, die du mit Mühe sammelnst, damit diese guten Schiffe kommen. Dann ist alles weg. Und natürlich kommt mit einem Schlag zwei. Du warst auf ein gutes Schiff und das ist natürlich das erste, was passiert ist. Komm mit einem Schlag zwei. Feier! Feier! Konzentrier dich auf Ruder, Käpt'n! Und... Rammeln! Sooo... Feier! 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 So, Metall und Stopp bringen wir. Und da hauen wir jetzt wieder. Huuuuff! Jups! Und dann geht's weg. Bin ich? So. Vielleicht habe ich jetzt einen Gründer was dazu zu lernen. So, da ist der Wesen schon weg. Wer ist denn hier noch? Ja, da habe ich sehr viel Angst vor dem. Der ist wirklich sehr furchterliegend. Er liegt einfach hoch. Nyauuuuff! Feuer! Ich... 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 So... Endern wir den kurz. Endern wir den kurz. Ich... Ich... Und die Landraben eins! So... Lala... Kurz laden... Flips! Lass sie zurück! Daneben! Ey, du hast ja hier nicht verliegelt! Könntest du mal ganz kurz stillhalten schon? Nein! So... Ich weiß nicht, wie viele... Ich weiß nicht, wie viele... Ich weiß nicht, wie viele die mich übersehen... Dann wirst du schon genau übergehen und dann kann ich die Bosse nicht filmen. So, stürb einfach. Ich schreibe mich wie so, wenn man mal über die Dörren zu baut. Der ist auch weg. Okay, das war schon. Na gut. Das ist Abel? Ne, das ist nicht Abel. So, dann hier mal schnell, komm ein bisschen, lalalala. Ein bisschen Bewegung. Wir haben nicht ewig Zeit. Umzug auf Schwerer, Google, Mörser, Geschenze, Crewmitglieder. Äh, Jack der Reparieren. So, jetzt warten wir wieder auf, ob die großen Schiffe kommen. Ich hoffe, das klappt sich zwar ein bisschen besser. Achso, da war noch ein Schiff im Weg. Ne, das ist das große, das will ich nicht abknallen. Was war das für Sinten-Schnürer? Von welchen Schnürer den da haben. Oder Zütschnürer, kann auch sein. So, da, ich, hier. Ich glaube, kann auch ein Schiff. Ach, wo war das? Oh, noch. So, wunderschön. Und jetzt kann man noch zu mir gehen. Oh, das ist doch nicht. Warum rennen die immer weg in dem Moment? Also, obwohl die die sehen, aber die nicht kriegen. Das war's dann auch schon in dem Moment. 15 Kusschuss haben wir noch. So, hallöchen Leute. Hier kommt, Moment, Metall haben wir endlich wiedergekriegt. Na, endlich, das suchen wir doch für unsere Mörser. Kommen wir an 3500, dann könnte man die Mörser eventuell endlich fertig machen. Äh, gar nichts. An die Stagen, fangt den Wind. An die Triggens. Da sind Bricks. Genau die habe ich gesucht. Wir gehen werten Stoffen in den Wind. Mehr Segel, gib mir mehr Segel. Feuer! Eine Säge geht rein. Das ist keine Geld mehr für uns. So, genau diese Opfer und Brick habe ich gesucht. Ein Wrack mehr. Feuer! Das ist die Götze, das wird sie versenken. Feuer! So, komm her. Reiz zu Feuer! So, Feuer! Und dann entern wir die Brücken weg. Je, das ist gestellig. Keiner der Lumpen setzt Fuß auf unsere Decks. Feuer! So, ich werde da einfach machen. Ach, da leck ich. So, rück rüber. So, rück rüber. So, ihr habt das was. Ich dachte hier rum stand gerade 4 Leute. Alles klar. sehr lustig geworden so und wieder mit halb es gibt hätten jetzt momentan ich kenne es sollte aufnehmen immer ein paar leute auf und dann können wir immer noch abfragen alle sobald wir wieder ich lasse dann heute nacht gleich runter und dann können wir ab morgen gleich wieder loslegen so soll ich mir das da hinten noch kurz jetzt erhole ich mir aber gleich bevor ich mich noch einer holen nicht dass wieder zwei auf einmal komm hoch ja wir sind wieder zu zweit so komm her bereit zum feuer na was sagst du jetzt mein freund jetzt haben wir zwei wir sind dabei zwei zu sammeln ich hoffe die level 40 er kommt dann auch bald so noch ein bisschen ran das war es auch schon Bereit zu schießen, Feuer! Und Feuer! Sie geht gleich unter! Ein Back mehr! Killed und jetzt... Wo müssen wir jetzt rum? Ich glaube, wir müssen uns auf die Seite rum. Dann begeben wir uns gleich mal auf den Weg dahin und begeben uns jetzt zur Mission. Die gar nicht mehr angekreuzt ist, sehe ich gerade. Mission? Ja genau, wir müssen... Ja, Moment. Doch, wir müssen hier rum, genau. Da kommt auch gleich ein Vorraum, sehe ich gerade. Dann tue ich mir lieber das Vorraum markieren. Weil, das wird mir so heftiger, wenn wir uns pumpen. Wie viel haben wir noch an... Eine! Pfff! Das ist uncool jetzt, he? Nur einmal Mörserhammer, also wir müssen ordentlich Zunder geben. Aber ich denke mal, das schafft man. Ich sehe auch gar nichts, Alter, jetzt komme ich in so ein wenigstens Nebel rein. Ich sehe das vor nicht. Ach, da ist es! Feuer! Feuer! So! Nassen Schrott! Bereit zu feiern, Sir! Weizen! Küstenfort, 2 von 3 zerstört, okay. Sieht ja ganz gut aus. Feuer! Dann gehen wir mal um diese Speed und umsingeln die Wucht. Wir müssen diese Tärme treffen! Feuer! Und das war's auch so. Vorzerstört. Gut, es ist nur ein kleines Futter gewesen. Links herum liegen wir noch Schätze. Das heißt, wir können die auch noch schnell einsammeln. So, da holen wir den Asten. Das sind drei Metall. Metall kann man immer gebrauchen und zwar nicht zu knapp. Von daher trinkt das auf jeden Fall was. Da ist der nächste. Das braucht Stoff. Und der dritte Scherl weg zu sein. Na okay, dann halt nicht. Dann gehen wir mal zum Vor. La la la. Hä? Rüben muss ich annehmen. Das sägst aber hier an. Na okay. Rüben! Ich stelle! Na na, seid ihr bereit? Acht! Wir sind wohl alles klau! Gut! Ja, ich hoffe ich habe jetzt nicht auszusetzen bei Miesen auf die Aufnabertaste gedruckt. Das wäre sehr uncool. So... Dann docken wir hier mal an. Fiedmänner, Großsegel bergen. Und wir geben uns langsam an Land. Natürlich tut er genau daneben runterkommen, ist schon klar. So, und dann gehen wir nach oben. Unsere Männer sind natürlich wie immer gleich vor uns da. Hier geht's auch. Genau, und hier geht's dann in der nächsten Folge weiter, meine lieben Freunde. Bis dahin, adios.